Ja Hey ho Leute! Willkommen in einer neuen Folge von Jurassic Craft Jurassic Craft? Was? Sind wir bei Minecraft? Falsches Projekt! Jurassic Arc! So heißt das Projekt! So! Es gibt ein paar Neuigkeiten! Splasher hat mal wieder ein bisschen Tarnkampenwurst angelegt und er hat ein Stückchen im Mund! Das ist mein neuer Hund, mach mal wow! Wow, wow! Wie du das so wippst? Siehst du das eigentlich selbst, dass du das im Mund hast? Das ist ein Ferngas, warum hast du das im Mund? Ich kann... Ich benutze das als Schnorchen! Wie erz sie sich schon in jede Folge geschrieben hat, ne? Das ist lustig! Ich benutze das als Schnorchen! Ich gehe schwimmen! Kannst du mir bitte nachfahren? Ich möchte so ein Tier zähmen. Ne, warte mal! Ich muss eine Sprachnachrichtung! Ah ja, und ist es etwas Produktives passiert? Du kannst jetzt noch online kommen, Herzi! Das ist überhaupt kein Problem! Aber dann schnell! Wir haben nur bis 20 Uhr Zeit! Also, Speed, Speed, Speed! So, einfach mal live... T-Bagging, T-Bagging! Live, live, live vor allem! Live in der Folge eine Sprachnachricht geschickt! Leute, das muss auch mal sein! Das ist... Das ist... Das Blöde ist nur, es bringt uns gar nichts, wenn sie jetzt online kommen! Das bringt uns gar nichts, wenn sie jetzt online kommt! Wieso? Soll sie machen! Sie ist erstens ein riesiger Hautfett, zum zweiten sind wir 300 Millionen Kilometer weit weg von Toze! Wollen wir jetzt wirklich hin zum Strahl? Da auf der Insel! Da können wir auf jeden Fall hin! Ah ja... Ja, fahr aber bitte außen rum! Ähm... Wegen... Da seh ich schon ein paar... Ähm... Ja mach ich doch! Keine Sorge! Oh... Sexy! Das bin ich, ja? Okay, dann komm ich! Okay, er hat noch längere Haare gekriegt! Ja, die wachsen! Ich werde zu Rapunzel... Rapunzel! Der ist aber mitten auf der Insel, ist das ne gute Idee? Ich weiß es nicht! Das bringt gar nichts, wenn Herz jetzt online kommt! T-Rex? Obwohl ich sie kann uns Co-Moderators geben! T-Rex? Warte, ich muss nen Timer stellen, das vergesse ich immer! Okay, hab Timer gestellt! Es läuft! Ich bin halt der Spotter! Spotter! Du bist Harry... Du bist Harry Spotter! Du bist Harry Spotter! Party bitte! Äh, das muss ich... Ach okay, dann mach du es schon! Ähm... Gute Gruppen... Alter! Hä, wir wissen gerade, wie viele gerade online sind! Keine Ahnung... 290? 400! Ja, siehst du... Die ganze YY Army! Willst du jetzt den AirDrop holen oder machen wir nicht? Ist das zu riskant? Was sagst du? Ähm... Risk-Taker... Ich spawn ja halt eh hier! Stimmt... Ne... Welch ein gefährliches Vieh sehe! Reinigst du ja zurück! Okay! Stell Splasher bisschen runter! Okay! Ich warte hier mit dem Floß, ne? Abfahrbereit! Ich wende auch, damit wir schnell rauskommen aus der Bucht! Willst du schon wieder rauf? Das ist ein T-Rex! Scheiß drauf! Ist nicht mein Problem! Na komm rauf! Scheiß, ich bin hier! Wo ist ein T-Rex? Das ist doch kein T-Rex! Ach, der ist doch so weit weg! Ne, ne, ne! Ne, ne, das ist... Der hat die Zombie-Seuche! Du bist auch so eine Zombie-Seuche! Nein, der... Da! Nein, bleib stehen! Bleib stehen! Meine Software braucht noch 3 Minuten! Ach so, Herz! So ist das also! Dreh um! Dreh um! Ich möchte gucken, welches Ziel ist zwar jetzt! Ah! Ich hab T-Rex mehrmals gelesen! Fahr... Fahr seitlich die ganze Zeit lang, bis ich es wieder sehe! Okay? Ja, ja! Warte! Dann mache ich jetzt einen schönen Drift! Warte! Wuuuup! Wuuuup! Ja, so! Und unsere Kisten sind verschwunden alle! Ja, die sind gediesbohnt, Leute! Das haben wir noch gar nicht erwähnt! Einfach die Kisten sind weg! Und was das... Allerwichtigste ist! Wir haben keinen Komposthaufen! Die MS-Kotty hat die... Maskottchen verloren! Blech den! Ja, das ist ein T-Rex! Da vorne siehst du nicht! Wollen wir mit ihm spielen? Natürlich sehe ich ihn! Wollen wir mit ihm spielen? Was ist... Ja komm! Ich schmeiß den Speer! Nee! Geh weg! Ich will keinen Brecht! Ich hab ihn getroffen! Was ist mit dem da oben? Der Grüne? Wollen wir den holen? Da ist doch nichts! Sarkasmus in allen Ehren! Den blauen da hinten würde ich gerne holen! Siehst du den? Der ist im Schneegebiet! Das ist keine gute Idee! Ah! Fifty-fifty! Ach! Wir gehen jetzt einfach unserem Plan nach! Es ist schon bei der Hälfte! Ist doch schön, dass du mir komplett in die Aufnahmen schreibst, Herzi! Das ist wirklich sehr sozial! Beim nächsten Mal stehe ich die Benachrichtigung hinaus, Leute! Ähm... Nächstes... Schreib mal... Hashtag Herzi... Herzi... Äh... Ne... Was hatten wir für ein Hashtag gehabt? Destroyer! Nee! Herzi-Titan! Herzi-Ti... Was? Titan! Quan! Achso! Titan! Quan! Unseres Fluss brennt halt alles! Siehst du es auch? Ja... Ich muss mal absteigen! Ich muss auf die Karte gucken! Die sind richtig hier sogar! Finde ich ja ganz mal ganz mal so schlecht! Wir müssen nämlich hier noch ein bisschen weiter! Warte! Das ist ein ganz gutes Tier! Halt! Ich kann halt voll weit gucken! Da ist es ein Fluss... Ah! Da war eins! Da war eins! Ich hab einfach mal 327 Engram Points! Das ist schon ganz nice! Muss schon sagen! Wie 300? Was? 327 Engram Points! Du weißt, was das ist, oder? Ich mach immer Flows on Fire! Flows on Fire? Ich hab Herzi eingeladen! Ja, ja... Ich lad sie nochmal einen! Ja, sie hat noch eine Software-Update von Ark am Start! Ah! Äh, nein! Ähm... Die Hauptsache ist Soft Air! Soft Air! Hier, das ist richtig! Wir sind hier, glaub ich richtig... Ist das die richtige Bucht, wo wir hier reinfahren? Oder sind wir noch zu früh? Ich guck auf die Karte, okay! Ich glaube, das könnte richtig sein! Aber nee! Ich weiß nicht, du willst... Äh, das ist eigentlich die Bucht, wo du reinfahren wolltest! Sind wir hier richtig? Deswegen gesagt, das ist zwischen dem Schneegebiet! Zwischen dem Schneegebiet! Und ich glaube, wir müssen hier rechts in den... In den Wald rein! Und da sollte irgendwo der Krater sein! Ja, wir sind hier, glaub ich, richtig! Sagen, wir bleiben hier erstmal stehen, dann... Du hast die Schlafsäcke dabei, ne? Nein! Scheiße! Hätten wir hier einen Spawnpunkt setzen können! Warn um die Kisten! Warn um die Kisten! Ach, siehst du das ganze Zeug auch weg? Die ganzen Betäubungspfeile? Scheiße! Wie viel... Ich hatte viel Zeug denn? Ja, Scheiße! Das sind Skorpione! Das ist keine gute Idee, hier zu stranden! Boah, ich seh keine! Hinter uns! Bist du blind? Wir haben Probleme! Ja, ich guck halt nach vorne! Tut mir leid! Nein! Wir haben zwar nicht sonderlich... Wir locken die ins Wasser und dann kalten wir die weg! Komm, Splisher! Du hast doch genug Pfeile! Äh, ich hab keinen Pfeil mehr! Die Leuchten, ne? Warum leuchten die?! Wie gruselig! Oder war das gerade ein Bug, das die Leuchte kam? Ja! Er hatte war ein Bug! Ähm, fahr mal ein bisschen zurück! Äh, ich seh sie halt echt gar nicht mehr! Ich schon, da in der Ferne! Ich bräuchte einen Scheinwerfer! Ich seh sie doch da! Ich überfahr sie jetzt! Ich hab keinen Bock mehr! Da sind sie doch! Feuerer! Da sind sie doch! Hi! Guck mal, da sind sie! Siehst du sie? Ich umdrifte sie! Jaja, bleib stehen, bleib stehen! Ja, ich umdrifte sie, sonst kommen die ja näher und machen einen Schaden! Ich versuch sie zum Driften jedenfalls! Ja, hab einen getroffen! Ja, mach sie weg, komm! Wir können die nicht brauchen! Die bedrohen unsere Zivilisation! Hab drei gerade geschmissen! Hast du keine Pfeile? Kannst du keine Pfeile machen? Ne, ich hab keine Sperre, keine Pfeile mehr, nix mehr! Mach du die Scheiße! Wir müssen halt zum Lager wieder zurückkommen! Da ist ein Lila da! Wo? Hin da! Das ist heftig! Lila, das ist höher wie... Lila? Was war nochmal Lila? Ähm, 60! Das gibt's?! War nicht 50... War nicht Rot 50 das höchste? Dann wollen wir da gar nicht hinfahren! Ich bin nicht Level 60! Ja gut! Fahren wir nicht hin! Ja, fahren wir nach Hause wieder und holen Herzi dann ab! Willst du? Wir müssen halt noch farmen! Wir haben nicht richtige Ausrüstung! Ja! Wenigstens haben wir jetzt schon das entdeckt quasi, wo wir hin müssen! Ja, genau! Wir wissen schon genau, wo wir hin wollen! Und wir wissen, der Strand ist nicht... Der Strand ist gefährlich, weil da ein Sumpfgebiet ist! Das könnte ein Problem werden! Also wir werden's quasi mit dem Floß transportieren müssen! Also für die Leute, die quasi gedacht haben, dass wir jetzt in den Kessel wollten! Eigentlich dachte ich das aus! Aber wir haben unsere Ausrüstung bei der Kiste und jetzt haben wir gar nichts mehr! Und das ist dumm! Deswegen holen wir uns erstmal unsere Berserker Bitch ab! Und dann gehen wir richtig heftig ran! Was denn? Da ist ein grüner wieder, aber die welche sehr nah am Strand sind, holen wir uns jetzt als Erziges! Ja! Fangen wir erstmal zurück! Extra für Herzi! Jetzt kommt sie nicht um! Das war heute ne XXL-Folge, glaub ich! Nee! In neun Minuten ist die Folge vorbei! Oh! Wir erreichen halt zur Zeit gar nix! Das ist normal in Ark! In Ark geht es nicht darum, was viel zu erreichen! Ark geht zum Spaß! Du bist halt nett und ich bin halb unsichtbar! Kamuflage! Nee, Kamuflage ist nicht unsichtbar! Invisible ist unsichtbar! Kamuflage ist doch getan! Du bist mehr als Kamuflage! Ich kenne nur noch meinen Kopf! Du bist Ultra-Kamuflage! Ja, ja! Ich... Ich kriege Schaden! Alter! Ich bin betonbar unter Wasser! Das ist mein Tod, Alter! Du wächst kaputt! Wieso? Nein, ich hab mein Bett auf den Boden gelegt! Nein! Das ist mein Tod! Fläscher! Wie? Soll ich auch sterben? Hattest du etwas wertvolles dabei? Mein ganzes Zeug! Tut mir leid! Du wächst kaputt! Ich hab mein Bett nur hingelegt! Ich hab nur mein Bett hingelegt! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Ich lebe! Der Ichi hat mich gerettet! Ich hab in seine großen Kulle eingeblickt und dann bin ich aufgewacht! Da bin ich doch hier nicht auf! Äh, drück halt Dreieck nur! Sorry! Ich guck halt dann nach vorne, okay? Oh! Wenn ich mein Bett hinlege! Frust futtern! Was ist denn kleine Schwester? Hehehehe! Ich muss Frust futtern! Splasher! Ich reg... Ich regeneriere nicht! Flasher ist einfach mal RFK! Okay, dann gibt's Rache! Wunder vor meinem Fluss! Ich kann nicht one-hitten! Vergiss das nicht! Fui! Ich dachte grad wirklich, ich sterbe, ne? Adler! Adler! Wir müssen! Wir müssen weg! Adler! Scheiße! Adler am Strand! Ne, das ist kein Adler! Der ist ein Adler! Seh ich doch! Das ist ein Adler! Ne, das ist kein... Doch, das ist ein Adler! Sicher! Du, du, ist das ein Adler! Schieß ihn doch mal an! Dann fahr weiter! Dann siehst du's! Der kommt zu uns, oder? Ne, der hat keinen Bock auf uns! Finde ich gut! Vor uns sind noch zwei Adler! Unter denen fahren wir durch! Finde ich gut! Okay, das ist nur ein Adler! Das andere ist ein Terranodon! Ich hoffe, der Adler kitet uns grad nicht! Gucken wir mal nach hinten! Hm, au! Ryan, wir sind am Arsch! Warum? Ich hab deine Mutter gesehen! Ja, und weiter! Hast du auch gut gebucht! Die ist nicht billig! Sag's dir gleich! Oh! Scheiße! Oh, da ist ja sie! Kommen wir ja doch noch! Ich kann jetzt leveln! Nice! Ich hol mir jetzt den Eisenschild! Wie sie einfach nix sagt! Ne! Will sie nicht! Okay! Ich guck einmal! Hab ich sie gestimmt oder so! Ne! Ich hab sie nicht gestimmt! Das wüsste ich glaube! Ich glaub ich! Vorher sie sind Itchi! Ähm! Ich müsste sie nur stummen! Das wurde jetzt auch eingefügt! Und dann hörst du sie automatisch auch nicht! Ich überfahre mal den Itchi! Scheiße! Der Itchi hat uns ja vollgeschoppt! Was für ein Bremspfosten! Pass auf! Wir sind Sauna am Strand! Und das sind die... Was ist da denn? Weißt du das vor uns? Der heißt Baronis? Oh nein! Das ist ein Aranda! Ja gut! Tschö Herzi! Tschö dass du da warst! Was ist? Der Titan war da! Ja doch! Okay! Hi! Sag Hallo zu den Zuschauern! Warte! Du bist grad mitten in die Aufnahme gechoßen! In zwei Minuten darfst du noch miterleben! Ich muss echt die Benachrichtigungen ausstellen! Weil ich online gestellt bin! Schickt mir grad jeder ne Einladung zu jedem fucking Game! Ui! Und ich hab auch ne wichtige Nachricht gerade bekommen! Die ich nachher ausblinden muss! Scheiße! Was denn? Das darf noch keiner wissen! Das weiß nur Herzi und ich im Moment! Ich will auch! Ich bin den... Hashtag Minekraft! Hashtag Minekraft Kuppel! Hashtag Minekraft cool! Ich mach da aber auch mit oder? Hashtag Minekraft mehr als eine Kuppel ist fertig! Hashtag Wiesen cool! Hashtag Bauteam hilft! Hallo Herzi! Ah! Ah! Okay das! Okay! Jetzt hab ich es verstanden! Ich guck einmal wieviel Nachos ich noch hab! Du warst jetzt nicht wieviel Nachos essen geht! Herzi bist du schon nachgedroint auf dem Server? Ich bin am Boden angekommen, Rayon! Du kannst ja auch mal einfach in die, in die, in die, in den Royalty Chat gucken, da siehst du ein Bild von dir! Der große Hautfetzen der über den ganzen Himmel geht, das bist du! Das bist du! Ja wirklich! Du bist der Titan! Und du hast dich, je nachdem wie lange wir auf dem Server waren, hast du dich immer weiter ausgebreitet über den Strand! Wie so ein Virus! Herzi verheimnisst du uns und was? Bist du, bist du ein Mimik aus Prey? Ah, siehs Gott! Ähm, Rayon! Wahrscheinlich waren wir uns, wahrscheinlich waren wir uns gerade nachge... Fahr nach links! Wahrscheinlich waren wir, dass sie uns gerade nachgejoint ist, wo bist du Herzi? Such uns mal! Du müsstest uns ja nachge... nachge... nachgeteleportet sein! Wegen... näher am Host! Weiter rauchen? Was? Ach so! Ja, wir haben gerade den Kessel ausgekundschaftet! Nee! Wo bist du? Ich triffte gerade an dem Strand! Ah, Herzi! Einmal Schlag, nochmal Schlag! In meinem Motto! Pass auf, wir schwimmen sehr viele Megalodons rum! Wir sind ja schon da! Ja, steig auf auf die MS Kotti! Weißt du, warum das Floß so heißt? Weißt du, warum das Floß MS Kotti heißt? Was? Wir hatten ja mal einen Komposthaufen! Und der ist leider gespawnt! Und auch eine andere Kiste ist gespawnt, wo unser ganzer Stuff drin war! Herzi, kannst du mal bitte deinen Hut auszählen? Du hast da etwas unter deinen Hut! Was? Ja übrigens, ich bin Noah, guck mich mal an! Was ist das denn?! Sind... sind noch alle drauf?! Special? Tschö Leute! Special, spring auf! Special! Spring auf! Ich bin von dir! Ja gut, wir müssen weg! Wir müssen weg! Wir müssen weg! Scheiße! Nein, ich werde angegriffen! Ich bin pufflos gefallen! Scheiße nein, ich werde sterben! Erzi Pfadervoll, der rettet dich selbst! Fuck! Nein! Ich versuche mich zu verteidigen! Oh Scheiße! Ich habe ihn getötet! Er ist tot! Herzi, warte auf mich! Huh! Was ist das jetzt der neue Kacker? Ich habe ihn! Halt, Klapp! Ich habe ihn geschafft! Huh! Aber ich bin fast tot! Warte auf mich! Ohohohoho, ich kann mir gar nicht sagen! Ohohoho, ich muss esen! Das war gerade Action! Wieder bin ich einfach... Ich bin sehr tief unter Wasser! Erzi! Ich guck dich nicht an! Das ist sexuelle Belästigung! Ey Leute, ich bin unter euch! Ähm, drei! Guckt einmal bitte unter euch! Ich habe mit dir schon wieder den Bug, dass da die Kleidung nicht angezeigt wird! Ich guck mich hin! Okay! Für die... Nö, das mache ich nicht! Das... ...mich erkennen kann... Ähm... Ich schaffe es wahrscheinlich nicht zu dir! Bei mir bugts auch gerade! Aber Leute, ich würde sagen, den Bug beheben wir für die nächste Folge! Äh, äh... Ich würde das erste Mal sagen... Ich bedanke mich vorher! Mega heftig krasse Aufmerksamkeit! Und herzlich... ...wird bei der nächsten Folge wieder voll dabei sein! Mal gucken, was wir da schaffen und so! Wahrscheinlich müssen wir den Server mal wieder neu starten, wie schon zweimal heute! Das ist leider ein bisschen doof, wenn man in den Hintergrund drei Folgen uploadet! Das war ein bisschen dumm! Aber Leute, sei es drum! Ähm... Ream sagt Ciao! Macht's gut! Und bis zum nächsten Mal, Leute! Lasst ein Kommi da! Aufmerksam! ... ...